Wie ist Gnade, Geschwister? Was bewirkt sie? Wie funktioniert sie? Ist sie billig? Muss sie etwas bewirken, wenn man sie empfängt? Das Problem, das wir heute haben unter Gläubigen, dass alle sich auf die Gnade berufen und dann, dass man angeblich gerettet ist, aber das Leben, das ändert sich nicht. Wie man gelebt hat, so lebt man weiter. Wie man seine Begierden ausgelebt hat, so macht man es auch weiter. Und hat man vielleicht ab und zu schlechtes Gewissen. Dinge ändern sich nicht wirklich, außer dass man sagt, ich komme nicht mehr in die Hölle, sondern in den Himmel. Und ich denke mal, wer so denkt, der denkt falsch über die Gnade. Der hat die Gnade nicht verstanden. Und vielleicht müssen wir auch uns irgendwo in der Predigt noch deutlicher und konkreter es deutlich machen, um Menschen nicht in falsche Sicherheit zu wiegen. Wenn du sagst, dass du gerettet bist, aber lebst ganz normal weiter in der Sünde, hast du etwas falsch verstanden. Wer weiß, ob so ein Mensch überhaupt diese Gnade Gottes überhaupt geschmeckt hat. Ich möchte zuerst lesen aus Titus 2, 11 bis 13. Und ich werde aus der neuen Genfer Übersetzung lesen, die auch für Jugendliche gut verständlich ist. Denn es ist wichtig, dass wir Gottes Wort verstehen. Titus 2 von Vers 11 bis 13. Denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden, die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Sie erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden. Und solange wir noch hier auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Seine Gnade führt auch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeutet. Das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters, Jesus Christus, in seiner ganzen Herrlichkeit. Die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Und die Frage an uns ist, wovon rettet die Gnade? Wovon errettet sie? Von der Hölle? Vom Gericht? Nun ja, auch. Aber das ist nicht der Hauptpunkt, wovon die Gnade uns errettet. Das ist etwas, was in der Zukunft liegt. Und das kommt auch. Aber es ist nicht die Hauptsache. Wir lieben diese heilbringende Gnade, die uns in einen neuen Stand versetzt. Das heißt, dass Christus jetzt unser Erlöser ist, der das Erbe für uns erkauft hat, dass er uns zu Kindern Gottes gemacht hat, dass unsere Sünden vergeben sind. Diese Gnade lieben wir. Und auf diese Gnade beruhen wir uns immer wieder. Aber diese selbe heilbringende Gnade, sie nimmt uns auch in Zucht, um praktisch unser kaputtes Leben umzuwandeln, umzugestalten, um alles neu zu machen. Um die alten Gewohnheiten, dass sie gebrochen werden, um sie zu heilen, um uns eine neue Liebe zu schenken. Sie erzieht uns, anders zu leben. Ich will heute erst präzise andenken, wovon die Gnade uns rettet. Sie rettet uns von der Liebe zur Sünde. Also sie nimmt uns die Liebe zur Sünde. Sie nimmt uns die Lust oder die Gewohnheiten, die wir gehabt haben. Sie bricht diese Gewohnheiten in unserem Leben. Sie rettet uns davon. Diese alten, sündigen Gewohnheiten. Sie rettet uns von diesem Wunsch zu sündigen. Und das ist doch das Problem eines Sünders. Und die Gnade Gottes, sie ist heilbringend, genau in diesem Bereich. Und dies als erstes. Sie erzieht uns genau darin, dass du die Sünde hast wie die Pest. Dass du die Gewohnheiten des neuen Menschen an dich ziehst. Dass du fruchtbar wirst, dass die Frucht des Geistes in deinem Leben sichtbar wird. Dass du auf einmal endlich Lust hast, zu Gottes Ehre zu leben. Und dazu befähigt worden bist, durch die Gnade Gottes. Wie sieht es heute in unserem Leben aus, in deinem Leben aus? Gibt es radikal eine Veränderung in deinem Leben, nachdem du es bekennst, dass du nun ein Christ bist, dass du nun gläubig bist? Was ist denn neu in deinem Leben? Dass du nicht mehr in die Hölle kommst? Der Herr Jesus hat schon deutlich gesprochen, zum Beispiel in Lukas 9, 23, sagt er, wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Das ist eine Abwendung von seinem Ich, von seinen sündigen Wünschen. Das ist Verleugnung. Die Liebe zum Herrn, sie nimmt uns alle Lust zur Sünde weg. Wir wollen uns heute einen König anschauen, wo diese verändernde Gnade Gottes sichtbar geworden ist. Es ist eins der größten Beispiele in der Bibel, um die Schönheit der Gnade Gottes aufzuzeigen. Aber Gottes Gnade wird niemals nur angenehm sein hier auf dieser Erde. Gottes Arbeit ist sowohl vor dem Heil als auch nach dem Heil sichtbar und es ist oft mit Schmerzen verbunden. Aber im Ganzen, im Großen und Ganzen, ist das eine heilbringende Arbeit, die an uns getan wird. Sie verändert Leben. Die Gnade Gottes ist sowohl für die Vergebung als auch für Änderung zuständig und in einem wahren Gläubigen, wo die Gnade wirkt, wird immer beides sichtbar werden. Immer. Vor kurzem haben wir schon einen König angeschaut, den König Usia. Und wir haben gesehen, dass er bis zu einem Punkt gottesfürchtig irgendwo gelebt hat. Aber dann kam es in einem Punkt in seinem Leben, wo es heißt, sein Herz überhob sich. Und es ging rapide runter mit ihm. Und es zählt nicht, wie du begonnen hast. Es zählt, wie du dein Leben abschließen wirst. Und heute wollen wir uns einen anderen König anschauen. Er war genau andersrum. Es ist der König Manasseh. Ich möchte, dass wir das lesen, erste Chronik, zweite Chronik 33. Zweite Chronik 33. Als erstes nur die ersten beiden Verse. Erste Chronik 33. Die ersten beiden Verse. Manasseh war zwölf Jahre alt, als er König wurde. Und er regierte 55 Jahre lang in Jerusalem. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, nach den Gräueln der Heidenvölker, die der Herr vor den Kindern Israels vertrieben hatte. Mit zwölf Jahren ist er schon König geworden. Er hat die längste Zeit seiner Regierung gehabt, die je ein König sowohl in Judah als auch in Israel hatte. Seine Regierungszeit war nicht nur auf vier Jahre begrenzt. Man konnte ihn nicht abwählen. Man konnte ihn nur töten, um ihn vom Thron zu stürzen. Sein Taufzeugnis würde genauso klingen wie viele von unseren Taufzeugnissen. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen und mein Vater ist Hiskia, den ihr alle kennt. So könnte er sein Zeugnis beginnen. Aber er hat seinem christlichen Haus keine Ehre gemacht. In der Welt würde man sagen, es ist ein missratener Sohn. Sein Vater Hiskia hat ihn wahrscheinlich sehr wenig erlebt in seinem Wirken, weil Hiskia dann starb. Aber vielleicht seine Mutter musste sich ansehen, wie dieser Sohn den ganzen Ruf der Familie ruiniert hat. Vielleicht hatte sie mal einen Gedanken gehabt, es wäre besser, wenn dieser nie geboren wäre. Wir würden sogar sagen, Hiskia, du bist selber schuld daran, dass so ein Sohn bei dir geboren ist. Du hast dir 15 Jahre Verlängerung vom Herrn erbeten. Und genau in diesen 15 Jahren ist dieser Sohn entstanden. Wären diese 15 Jahre nicht da, wäre dieser Sohn nicht da gewesen. Aber Gott liebt es, gnädig zu sein. Er will uns lernen, wie Gnade aussieht und wie sie praktisch wirkt. Wie sie praktisch wirkt. Wenn wir die Sünde Manassehs anschauen, Vers 2 sagt, die Gräueltaten, für welche Gott die Vorfahren aus dem Land vertrieben hat, das alles fing Manasseh an, wieder hereinzubringen und wiederzutunen. Es heißt sogar, er hat selbst die Heiden damit übertroffen. Vers 3 sagt uns, er baute die Höhen wieder auf, die sein Vater Hiskia abgebrochen hatte und er richtete den Baal Altäre und machte Aschera-Standbilder und betete das ganze Herr des Himmels an und diente ihnen. Das ganze Herr des Himmels hat er angebetet. Sonne, Mond, Sterne, alles was man kannte, das hat er, allen Götzen wollte er einen Gefallen tun. In Vers 5 und 7 sehen wir sogar, dass er diese Götzen in den Tempel Gottes hineingebracht hat. Er hat den Vorhof vollgestellt mit diesen Götzen und er hat auch selbst in den Tempel ein Altar hineingebracht. Und geschwistert zu unserer Zeit ist die Gefahr auch, dass man weltliche Dinge versucht, in die Gemeinde reinzumischen. Und das wird niemals funktionieren. Eine Säune-Gemeinde wird niemals auf Dauer Bestand haben, wenn man dieses nicht aus der Gemeinde herausmerzt. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. In Offenbarung sehen wir, spricht er dauerhaft zu Ortsgemeinden, wo Dinge hineingekommen sind. Und er sagt, wenn ihr nicht Buße tut, werde ich den Leuchter wegstoßen. Die Ortsgemeinde wird nicht mehr existieren. Ich denke, die Frage ist heute auch so aktuell, die Elia schon damals auf den Bergkammel gestellt hat. Wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Hat die Welt was zu bieten? Dann geh doch und lebe nach diesem Weltlauf. Dann habe Spaß und geh und verunreinige dich dort. Oder erkennst du, dass das einzige richtige Leben ist, für Gott zu leben? Und Jesus Christus befähigt dich dazu. Er ermöglicht dieses Leben zur Ehre Gottes, dass wir die weltlichen Begierden verleugnen und ganz für Christus leben. Manasseh lebte gottlos, aber er versucht, das irgendwie mit Gottesdienst zu vermischen. Er bringt das an diesen Ort, den Gott geboten hat, wo man ihn anbeten soll, der einzige Ort. Und er bringt dort diese ganzen Dinge herein. Und das ist noch nicht alles. Es heißt, er ließ seine Söhne durchs Feuer gehen. Wir verstehen vielleicht nicht, was das heißt. Aber es gab Heidenvölker, sie haben den Gott Moloch angebetet. Man stellte eine Statue hin aus Metall und sie war innen ausgehüllt. Und in dieser Statue machte man ein großes Feuer. So lange, bis diese Statue glühte. Und das Merkmal dieser Statue war, dass sie so geschmiedet worden ist, dass die Hände ausgestreckt waren. Als ob man sagen will, dass dieser Götze, er will etwas empfangen. Was meint ihr, wer in diese Hände hineingelegt worden ist? Als die Anbeter dann in diese Ekstase verfielen, nahmen sie ihre Kinder, gingen an diese Statue heran, an diese glühenden Hände und warfen ihre Kinder darauf. Ihr sagt, das ist unmöglich. Das kann nicht sein. Das kann kein Vater und das kann keine Mutter tun. Und ihr habt vergessen, wen dieser Mensch hier angebetet hat. Er betet den Bösen an, den Satan und dazu ist er zu allen fähig. Und von dem es heißt, er ist ein Lügner und ein Mörder von Anfang an. Wenn sich Menschen mit finsteren Mächten verbinden, dann sind sie zu allen Dingen fähig. Er treibt Zeichendeuterei, Zauberei, Beschwörung, Geisterbefrager, Wahrsager, komplett im Okkultismus versungen. Und dieser Junge, der ist in einem christlichen Elternhaus groß geworden. Oder wir können sagen, oder der Jude würde sagen, er ist im Gesetz unterrichtet worden. So hat er Gott herausgefordert mit seinem akkulten Gräuel und er führte das ganze Volk, Vers 9 heißt, er führte das Volk Gottes in die Ehre, sodass sie Schlimmeres taten als die Heidenvölker. In 2. Könige 21, 16 heißt, auch vergoss man sehr viel unschuldiges Blut, sodass er Jerusalem damit erfüllte, von einem Ende bis zum anderen Ende. Wie reagiert Gott? Was wird Gott tun? Was wird Gott sagen? Vers 10 Und der Herr redete zu Manasse und zu seinem Volk, aber sie achteten nicht darauf. Wie muss Gott denn zu dir sprechen, dass du es verstehst? Nun beginnt Gott ruhig und sanft zu sprechen, wie es an einer Stelle heißt, im stillen Säuslein. Er sendet Menschen, die vorsichtig dich ermahnen, an, die dich korrigieren wollen. Aber auch da ist man nicht hellhörig. Wir schlagen den Rad in den Wind. Wir hören Gottes Wort von der Kanzel, das in unsere Situation hineinspricht. Wir nehmen es nicht an. Wir stumpfen ab, weil es alles irgendwie so uninteressant ist. Und der Jesaja, von dem wir schon gehört haben, der wirkte zu dieser Zeit von Manasseh, von dem König Manasseh. und die Überlieferung sagen, dass der Manasseh, den Jesaja in einem Baumstamm zersägt hat. So belastet war dieser Mann. Er konnte die Stimme des Propheten nicht mehr hören, die ihm zur Umkehr rufte. Wie wird dieser König enden? Es kann doch nicht sein, dass er nach 55 Jahren seines schlimmen Lebens einfach in Altersheim ruhig sterben wird. Und Gott reagiert und spricht nicht mehr durch einen Propheten, sondern durch einen grausamen Feind, der Asyrer, der bekannt war für seine Grausamkeit. Vers 11, da ließ der Herr, der die Herrführer des Königs von Asyrien über sie kommen. Die fing Manasseh mit Hacken, bannen ihn mit zwei ehrenden Ketten und führten ihn nach Babel. Verstehen wir, wenn wir Gottes freundliche Sprache auf sie nicht reagieren, dann fängt er an, mit uns anders zu reden, schmerzhaft zu reden, aber nicht immer ist das eine Garantie, dass Gott zu dir überhaupt noch sprechen wird. Niemand kann es garantieren, aber wie gnädig, dass Gott ihn nicht umbringt, diesen Menschen. Wir würden es so mit Manasseh machen, wir würden ihn verprügeln, ihn in die Zelle einstecken und den Schlüssel in die Weser schmeißen und ihn nie wieder dort besuchen, aber Gott gibt ihm Zeit, somit gibt er ihm eine Chance, Buße zu tun und umzukehren und dieser Mensch, er ergreift diese Chance, er ergreift sie. Wie kann man umkehren, wenn man gefangen ist? Die Umkehr beginnt hier im Herzen, da muss erstmal alles auf den Kopf gestellt werden. Du sagst, nein, dieser Mann muss Gerechtigkeit bekommen, er kann noch so viel beten, er hat das nicht verdient. Er hat das wirklich nicht verdient. Vers 12 sagt es uns so, als er nun in der Not war, flehte er den Herrn, seinen Gott an und demütigte sich sehr vor dem Gott seiner Väter. Die Buße und die Reue öffnen die Tür zu Gottes Erbarmen. Auf diesem Weg funktioniert das. Eine echte Buße ist das Erbrechen der Seele, sie ist bestürzt über das, was sie angerichtet hat. Ein Bußfertiger denkt, könnte ich denn noch eine Chance bekommen? Ich würde es ganz anders machen. Er hat eine Reue über das, was er angerichtet hat. Gottes Gnade ist keine billige Gnade, die einem zugesprochen wird, ohne dass dieser seine Bosheit erkennt, ohne dass dieser den Herrn darum anfleht, ohne dass der Bittende zerbrochen vor Gott liegt. Und dieses Gebet von Manasseh, das steht nicht in unserer Bibel, aber einige, die jüdische Überlieferung hat dieses Gebet von Manasseh überliefert und einige Bibeln nehmen das sogar mit hinein. Und ich möchte euch es mal vorlesen und euch aufzeigen, wie Gott von dir erwartet, dass du Buße tust, wie Gott von dir erwartet, wie du dich selbst erkennst, wie Gott erwartet, wie du ihn erkennst. Und das ist eine Hoffnung für jeden Sünder, der hier sitzt. Herr, allmächtiger Gott, unserer Väter Abrams, Isaac und Jakobs und ihre gerechten Nachkommen, der du Himmel und Erde gemacht hast, samt all ihrer Ordnung. Du hast das Meer gebunden durch dein Gebot und hast die Tiefe verschlossen und versiegelt durch deinen furchterregenden und herrlichen Namen, dass jeder vor dir erschrecken und sich vor deiner Macht fürchten muss, denn unerträglich ist die Größe deiner Herrlichkeit und unwiderstehlich dein Zorn, mit dem du die Sünder bedrohst, aber die Barmherzigkeit, die du verheißt, ist unermesslich und unausforschlich, denn du bist der Herr, der Höchste, gütig, langmütig, voller Barmherzigkeit und lässt dich der Menschen übel gerollen. Du hast aber, Herr, du Gott der Gerechten, die Buße nicht bestimmt den Gerechten Abraham, Isaac und Jakob, die nicht an dir gesündigt haben, sondern mir Sünder hast du Buße auferlegt. Ich habe gesündigt unzählbar wie der Sand am Meer sind meine Missetaten. Herr, so viele sind es. Wegen Blicken und die Höhe des Himmels zu schauen. Hinabgedrückt bin ich durch eine eiserne Fessel. Erheben kann ich mich nicht wegen meiner Sünde. Keine Ruhe habe ich, weil ich dein Zorn geweckt und Böses vor dir getan habe. Gräuel Bilder habe ich aufgestellt und Schändliches verbreitet. Nun aber beuge ich die Knie meines Herzens und bitte dich um deine Gnade. Ach, Herr, ich habe gesündigt und erkenne meine Missetaten. Ich bitte und flehe, vergib mir, vergib mir, richte mich nicht zugrunde wegen meiner Missetaten, behalte nicht im Gedächtnis meine Übeltaten, bis in Ewigkeit verdamme mich nicht in die Tiefen der Erde, denn du, Herr, bist der Gott derer, die umkehren. Erweise an mir deine Güte, auch wenn ich unwürdig bin, wirst du mich nach deiner großen Barmherzigkeit erretten. Dann will ich dich preisen alle Tage meines Lebens, denn dich lobt das ganze Himmel sehr. Dein ist die Ehre bis in Ewigkeit. Amen. Und wie reagiert Gott? Vers 13 Und als er zu ihm betete, ließ sich Gott von ihm erbitten, sodass er sein Flehen erhörte und ihn wieder nach Jerusalem zu seinem Königreich brachte, da erkannte Manasseh, dass der Herr Gott ist. Gott liebt es, gnädig zu sein, aber du musst so kommen wie dieser Mann, du musst so kommen in Buße wie David, wie Manasseh. Seht, die Gnade wird dann sichtbar, wenn der Mensch sich im Licht Gottes erkennt, wenn er erkennt, dass er ein elender Sünder ist, wenn erkennt, dass er nicht das Anrecht hat, mehr seine Augen zum Himmel zu erheben. Manasseh gibt zu, ich habe den Zorn Gottes erregt durch meine Sünde. Er bekennt seine Sünde. In den Augen eines solchen bußfertigen Menschen erscheinen alle anderen auf einmal als gerecht. Er hat als einziger erkennt, dass er den Balken hat. Gottes Gnade wirkt ein Zerbruch in dem Leben eines Menschen, weil dieser seine Verdorbenheit auf einmal erkennt, die tiefen Wurzeln seiner Verdorbenheit. Und Gott liebt es, so einem bußfertigen Menschen gnädig zu sein. Da, da wird die Gnade geschätzt. Sie wird als unverdiente Gunst anerkannt. Darf ich dich fragen, ob du das in deinem Leben erlebt hast, ob du Gott erkannt hast in seiner Heiligkeit. Ob du dich selbst erkannt hast, ob du gebrochen vor Gott warst oder ob du auch weiterhin gebrochen vor Gott bleibst. Gottes Gnade, sie ist heilbringend und deswegen auch schmerzhaft. Wie der Arzt ein Geschwür herausschneidet, was mit Schmerzen verbunden ist, aber das ist zu der Heilung des Patienten. Genauso ist es auch bei Gott. Er packt uns an unserer Sünde an und diese muss zuerst herausgeschnitten werden. Diese muss zuerst angepackt werden, wenn wir seine Gnade schmecken. Gott schenkt eine Liebe zur Heiligkeit, einem Sünder und somit einen Hass zur Sünde und das ist die Gnade Gottes. Römer 5, Vers 20, dort heißt es so, wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Vers 21, damit wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben, durch Jesus Christus unserem Herrn. Die Herrschaft der Sünde, sie ist gebrochen und jetzt ist eine neue Herrschaft. Die Gnade herrscht jetzt und wie herrscht sie durch ein gerechtes Leben. Das muss sichtbar werden, wenn du dich zu Christus bekennst, wenn du sagst, du bist gläubig, dann muss die Gerechtigkeit in deinem Leben sichtbar werden. Statt einem Leben in der Sünde wird gerechtes Leben sichtbar. Kann man das im Leben von Manasseh sehen? Wurde seine Liebe zur Sünde gebrochen? Was war mit seinen Gewohnheiten und mit seinen Wünschen? Es begann mit der Erkenntnis Gottes und mit Selbsterkenntnis. Nun sehen wir ein Leben, was sich ändert. Gott bewirkt, dass er aus dem Gefängnis wieder raus darf, dass er zurück in die Heimat durfte, dass er wieder als König seinen Posten einnehmen durfte. Und das ist die Gnade Gottes. Es ist eine unverdiente Gunst, das, was du nicht verdienst, aber wir sehen, wie Manasseh er antwortet auf diese Gnade. Zweite Chronik 33, 15 und 16. Er tat auch die fremden Götter weg und entfernte das Götzenbild aus dem Haus des Herrn und alle Altäre, die er auf dem Berg des Hauses des Herrn und in Jerusalem gebaut hatte und warf sie vor die Stadt hinaus und er richtete den Altar des Herrn wieder auf und er opferte darauf Friedensopfer und Dankopfer und befahl Judah, dass sie dem Herrn, dem Gott Israels dienen sollen. Das ist die Antwort, die rechte Antwort auf die Gnade, die ein Mensch in seinem Leben erlebt. Gnade wirkt immer Dankbarkeit, ein dankbares Leben. Gnade bleibt nicht einfach selbstverständlich. Wir fragen, was ist mit all der Schuld, die Manasseh angerichtet hat? Was ist mit all den Opfern? Was ist mit all den Menschen, die er umgebracht hat, mit all den Familien, die er ruiniert hat? Nur weil Manasseh Reue gezeigt hat, nur weil er gebetet hat, nur weil er jetzt dankbar ist, ist das Schaden beglichen? Wisst ihr, so ist das im Islam. Sie sagen, Gott ist allbarmherzig und wenn du Reue zeigst, dann vergibt er dir. Aber nicht im Christentum. Die Gnade Gottes sieht über den Schaden nicht einfach weg. Wer trägt die Kosten? Gott selbst trägt die Kosten für deine und meine Sünde. Einige Jahre später kommt der Sohn Gottes auf die Erde. Nach seiner menschlichen Abstammung ist er aus der Linie Davids. Und weil er aus der Linie Davids ist, ist er auch aus der Linie Manasses. Und er geht ans Kreuz und wird zur Rechenschaft gezogen für das Übel Manasses, was er alles angerichtet hat. Er wird zur Rechenschaft gezogen für deine Sünde, wenn du Christus vertraust, wenn du dich an ihn geklammert hast. Gott geht mit unserer Sünde gerecht um. Nur dass die gerechte Strafe trifft nicht dich, sie trifft den Sohn Gottes. Geschwister, ist die Gnade billig? Auf keinen Fall. Sie ist auf keinen Fall billig. Sie ist so kostbar, dass es das Blut Gottes wert war. Die Menschen, die sich gläubig nennen, aber bei denen, die sich nichts ändert, die stellen die Gnade billig dar. Aber sie haben nie verstanden, was Gnade ist. Sie denken, man kann gerettet werden, ohne dass Jesus Christus Herr in deinem Leben ist, ohne dass du ihm gehorchen musst, ohne dass er das Sagen hat. und das funktioniert nicht, das sehen wir nicht in der Schrift. Wir sehen, wie Gott aufzeigt, die Bosheit der Sünde im Leben von Manasseh. Aber Gott zeigt auch, wie die Gnade mächtig wurde und diese Gewalt des Bösen vergeben hat, den Schaden beglichen hat und einen neuen Menschen aus diesem Manasseh gemacht hat. Er stellt ihn wieder her als König, um dem Menschen aufzuzeigen, jetzt ist er fähig, ein Volk anzuleiten. Was ist mit dir? Wurde dir viel vergeben? Was ist deine Antwort auf das Evangelium? Wie sieht dein Leben aus? Bist du völlig umgekehrt? Und Geschwister, die ihr böse Kinder habt, die noch nicht im Glauben verharren, die die Gnade noch nicht geschmeckt haben, ist diese Geschichte nicht eine Ermutigung für euch, weiterhin zu beten für eure Kinder, weiterhin zu glauben, sie vor dem Thron der Gnade zu bringen. Betet weiter für eure Kinder, dass sie sich im Licht Gottes erkennen, dass sie gerettet werden, dass Gott ihnen eine neue Liebe schenkt zur Heiligkeit und ihnen die Liebe zur Sünde wegnimmt. Wenn ihr betet, dann gebt Gott keine Argumente, die in euch liegen. Erinnert Gott daran, dass er es liebt, gnädig zu sein, dass er Menschen verändert zum Lob seiner Herrlichkeit. Ich möchte zum Schluss ein Vers lesen aus Micha 7 Vers 18. Wer ist ein Gott wie du, der die Sünden vergibt und dem Überras seines Erbteils die Übertretung erlässt, der seinen Zorn nicht alle Zeit festhält, sondern Lust an der Gnade hat. Wer diesen gnädigen Gott begegnen will, der kann Buße tun, so wie wir es gehört haben. Amen.